Hallo Leute, mein Name ist Soziale Instock und ja, ihr denkt euch bestimmt jetzt, was ist das? Normalerweise bringe ich sehr bekannte Spiele auf meinem Kanal, aber diesmal habe ich tatsächlich eine kleine, sozusagen, Indie gefunden. Und zwar ein Spiel zu mir netter. So viel ich erfahren habe, ist mir, habe ich das durch Zufall in einem, beim Suche nach neuen Mutant Charakteren gefunden. Und ja, ich dachte, da spiele ich mal blind. Ich habe mich natürlich zuvor informiert, ob es hier vielleicht irgendwie Fehler gibt oder Spheos oder so. Nein, gibt es nicht. Somit kann ich sicher spielen. Ich habe die Steuerung mir kurz mal reingesehen, aber die ist schaffbar. Also spielen wir. Leider ist der Bildschirm nicht größer machbar. Leider ist das Spiel komplett auf Englisch, möchte ich darauf hinweisen. Aber die Story ist ganz einfach erzählt. Irgendjemand versaut mir netters Konzert und mir, die anderen Pokémon sind jetzt sauer auf sie. Sie muss jetzt, liebe Täter sozusagen, finden, um ihre Ehre zu retten. Und diese Katzen kapiere ich nicht. Wer ist das? Wer ist das? Ja, auf jeden Fall, da ist auch Zephi voll. Get ready. Und um anzugreifen, habe ich schon vorhin herausgefunden, brauchen wir diese Noten, die wir schießen. Und damit können wir die Pokémon K.O. hauen. Die kann auch hier auf Form wechseln, übrigens. Der Dance-Form, für die, die es mehr mögen. Was macht das Zephi vor der Wolken? Meine KPIs sind gleich unter. Wurde sehr gut erwischt, leider. Wächst wieder zur Wing-Form. Okay, hier gibt es dann fein Portale. Ah, erwischt. Ich bin K.O. Ah, nee. Das Spiel ist schwer. Das Spiel ist ja echt schwer. Äh. Das ist mal ein gruseliger K.O.-Swing. Ein bisschen. Wir setzen fort. Das Zephi-Foil muss sofort weg, sonst kriegen wir zu viel Schaden. Da ist noch ein Zephi-Foil. Ich habe leider gern schön viel Damage genommen. Dich habe ich. Dich habe ich. Dich habe ich auch. Ach, wenn man genügend Noten hat, gibt man eine Heilung. Ach, so funktioniert das Spiel. Deswegen muss man auch die Noten sammeln. Alles klar. Wir sind Heilung. Eigentlich kein schlechtes Prinzip, muss ich sagen. Das Spiel ist ja auch die Zephi-Foil. Das Spiel ist ja auch die Zephi-Foil. Und jetzt weiter. Das ist eine Art Labor. ich habe mich einfach an lege ich konnte nicht mehr hoch nein ich bin k.o. gegangen mann ist schwer wie kapett für ein kleines spiel vor melodi kann ich mich irgendwie verbessern ok man kann irgendwie waffen equippen dann gibt es updates die kriegt man erst wenn man die noten gesammelt hat abdehn wenn man wirklich ohne schaden durchkommen so viele noten wie möglich einsammeln ich bin fast tot nein von unten hoch ist das schwer ich hoffe dass es nur ein kleines game ist es ist so schwer wenn es so weiter läuft glaube ich wird das nur ein letztes test ich möchte gern diesem spiel eine chance geben aber es ist sau schwer leute ich bin nicht irgendwie schlecht oder so es ist sau schwer boah erst wenn man genügend noten hat gibt es eine heilung so ich hab doch gehütet ooo 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 Ich hab's geschafft Jawoll Und dann klingt Wie ein netter Song Und ich krieg jetzt auch die Noten Die ich gesammelt habe War das knapp Mann ist das Spiel schwer Oh mir mal Ist das ein Boss Seid mir jetzt nicht Sam von der ist ein Boss Was willst du von mir Ein krass Partner in Crime Was Ach der spricht wie eine Schlange Er wollte dass ich dich fange Und dich zu meinem Singenden Sklaven mache Aber ich möchte für alle Singen Kein Singenden Sklaven sein Ich will zum Aus meinem eigenen Willen Bett Dann muss ich dich hier empfangen Oh das wird jetzt schwer Oh 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 Das ist ja fast wie Kappet Junge Oh 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 Der hat mich Ouch Junge das Kappet In Pokémon Updates Hab ich jetzt ein paar Noten Gany Ich hab nichts freigeschaltet Ich kann nur erneut versuchen Ich hoffe der hat eine automatische Speicherung Oder sowas Skippen wir den ganzen Text Ei 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 Er muss immer in Bewegung bleiben Oh 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 Ich bin paralysiert Hä Ich kann mich nicht bewegen Ich hab mir eine Paralyse verpasst Oder sowas Oh 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 Ei 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 Kann der Typ nicht einmal stillhalten Oh getroffen Das Spiel ist schwer Das Spiel ist schwer Ich hab einfach Nur so ein kleines Gag Game gedacht Aber das Spiel ist echt schwer Das muss ich zugeben Man hat nur einmal Noten Für ein Leben Okay Okay Ah das Rasierblatt Das Rasierblatt Das Rasierblatt Das Rasierblatt verfolgt mich Kann ich mich heilen Nein es hat mich Befrei dich Befrei dich Kann ich eine Songleiste atöpieren Nein Da war Rasierblatt Mann sind die Bosse schwer Allein der erste Wie wird es dann bitte schon am Ende sein Sorry guys ich guck mal kurz in die Steuerung Special Attack Shift Ah alles klar Shift Ich brauch Shift Am Ende Spam Geht nicht mehr Und jetzt weg Wir bauen die Noten für ein Special Attack Guck mal das Rasierblatt Auf einmal her Oh Lasers 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 Nein nochmal Rasierblatt Ich feile gerade so Nein Da kam noch ein Rasierblatt Das Spiel ist Ulterschwer Jeks Heieieiei Try again Musst auf die Rasierblätter aufpassen Warum kam die plötzlich in meine Richtung Er macht erst die Laser Dann die Rasierblätter Die Rasierblätter sind gerade unten Die sind gerade unten Er darf mich nicht fangen Dann bin ich nicht am Arsch Entschuldige dir die Aussprung Leins Sache Die Lasers Die Lasers Dann sponnet seine Rasierblätter Ein Hit Ich muss gleich shift Ich muss gleich shift Ich muss gleich shift Yes Stop endlich Nein Bei der Special Attack Leute das Spiel ist schwer Das Spiel ist schwer Klein aber schwer Wer auch immer lacht Mich aus Es ist ultra schwer Das ist sozusagen Kapett aus der Vergangenheit Nein Die Tasten-Kombis Die man machen muss Nein Nein Ach die weiten sich nicht Nach einer Zeit aus Ist klar Ich hab sein Eingriffsmuster durchschaut Kommen die Laser Muss man in Bewegung bleiben Der Sinn des Bosskampfes ist die Ulti glaube ich Die Laser Die Laser Die Laser Die Laser Und ein Rasierblatt Laser 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 Noten hat man ja unendlich Nein Nein Da ich die Kreuze Laser 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 Ulti Ich hab nichts dagegen dass die Ulti so lang ging Ich muss die Ulti wieder aufladen Ich muss die Ulti wieder aufladen Jetzt kommen die Laser Der weist auch noch mit einem Signal dahin Langsam hab ich den Kampf aus Da hinten ist die nächste Note Man platziert immer die Rasierblätter zu den Noten So mies Boah das verklappt Das lese ich später Ich brauch die Ulti wieder Ich brauch die Ulti wieder Ich brauch die Ulti wieder Hab die Ulti wieder Mist, die ist wieder weg Aber der ist schon im roten Bereich Der ist schon im roten Bereich Der ist im roten Bereich Ich brauche nur noch einmal die Ulti Nein Es ist schon 20 Minuten dran Das ist vermutlich das erste Chapter Ich hoffe, dieses Spiel hat eine Speicherfunktion Das ist ja wie Cuphead Total schwer Also wer Cuphead üben möchte Der ist ja schon mal richtig Das war Bis zum nächsten Mal Nein, der Hasierblatt hat nicht getroffen. Schon wieder so ein Pieping-Hasierblatt. Dass man die Hasierblätter auch nicht zerstören kann. Die Runde werde ich nicht schaffen, glaube ich. Ja. Das ist ultra schwer, das Spiel. Noch dazu, weil der Stream so klein ist. Das ist eine zusätzliche Schwierigkeit. Mio Netta ist schon wieder K.O. Ich bin kein Mensch, der so leicht aufgibt. Du Mio Netta, was auch immer. Neuer Teilbuch. Ich weiß ja jetzt, wie es abgeht. Bewege und bleiben. Dann runter seine Hasierblätter. Die weiten sich nach einer Weile aus. Und hör mal. Und sich fangen lassen darf man sich auch nicht. Und sich fangen lassen darf man sich auch nicht. Wo ist die letzte Note? Wo ist die letzte Note? Wo ist die letzte Note? So weit er seine Laser macht, sind die Rasierblätter weg. Das ist der Vorteil. Ich muss alles an die Ulti setzen. Ich muss immer in Bewegung bleiben. Ich muss das leicht zu kapieren, aber schwer zu bewältigen. Nein, ich wurde erwischt. Ich muss das, was ichГint munig bereitstellen. Ich bin unbedingt zu schaden! Das ist ein Verzugssystem. Ich bin nicht so nennen. Das ist eine Verzugssysteme, die Schande vertreibt. Ich bin nicht so nennen. Ich bin nicht so bereit. Das ist also die Anträge. Ich bin nicht so bereit. Ich bin nicht so bereit. Nein, er hat mich mit dem Laser erwischt. Und er war im gelben Bereich. Leute, dieses Spiel ist so schwer wie kapett. Und ich weiß immer, bin immer noch im ersten Level. Ich geb nicht auf, ich geb nicht auf. Ich will das in Zerplay haben und nicht als Let's test. Wenn man die Tastenkombination raus hat mit allem Drum und Drampf, dann ist man gut dran. Oh, ich hab schlecht begonnen. Und, oh, da zwei Treffer. Ja. Ja, total verhauen. Ja, ich hab's total verhauen. Ja, da kann ich mich gleich umbringen. Die Zone ging komplett ein los. Ich schwitze vor Anspendung. Oh, der hat mich mit den ersten getroffen. Oh, das letzte Blatt hat mich leider erwischt. Oh, warum gammelt's? Da hat plötzlich ein Blatt. Da kann ich mich grad nicht hinbewegen. Ja. Das wird nix. Jetzt muss ich auch noch was tun. Zumindest in diesem Part. Ich hoffe, wir können wenigstens ein Level wählen. Danach. Nein, wir müssen es eiskalt nochmal von vorne machen. Dann ist es halt so. In dem nächsten Part geht's weiter. Bleibt sozial. Lassen aber da. Und Bye. Bis bald. D